hallo und willkommen auf meinem video kanal heute habe ich mal die dj mini die habe ich mir gebraucht über ebay ersteigert das combo paket sehr schönes teil muss ich sagen und ich habe mir mal heute überlegt ich mache mal einen test und dazu habe ich erst mal ein foto gemacht das so auf dem bild bin ich ich grüße euch da gerade dieser kleine ausschnitt der eiszapfen hat da eine besondere bedeutung den habe ich zu meinem test genutzt ich habe mit drei verschiedenen kamera perspektiven den eiszapfen jeweils 20 sekunden lang gefilmt und dann software mäßig auf 250 prozent vergrößert und suchen dann raus aus vollbild guckt es euch mal an und überlegt mal welches war wohl die beste kamera einstellung so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020